Herzlich Willkommen in der fantastischen Welt von Xena. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der erfolgreichen RTL-Serie. Star der Serie ist Lucy Lawless. Sie spielt die Titelheldin. Was ist für sie das Besondere an Xena? Die Serie funktioniert auf so vielen verschiedenen Ebenen. Sie hat Action, sie hat Fantasie. Ich glaube aber, was die Menschen am meisten begeistert, sind die Geschichten, die sie wirklich berühren. Xena ist eine Frau, für die ihr Aussehen nicht das Wichtigste ist. Ihr macht es nichts aus, sich die Hände schmutzig zu machen. Für Lucy Lawless macht nicht nur physische Stärke den Reiz der Rolle aus. Xena ist eine unabhängige Frau und nicht auf die Hilfe eines Mannes angewiesen. Wie ich finde, eine wichtige Botschaft. Sie ist eine Heldin mit Makeln. Sie weiß nicht immer, was richtig ist, kennt nicht alle Antworten. Angeberin. Sie ist eine Frau der Tat, die wenig Worte macht. Im Kampf gegen das Böse erlebt Xena ständig neue Abenteuer. Dabei geht es um mehr als nur reine Action. Im Mittelpunkt steht die Freundschaft von Xena und Gabrielle, gespielt von Renee O'Connor. Jeder hätte gern eine Freundin wie Xena und jeder wäre gern wie Gabrielle. Eine solche Freundschaft berührt jeden, weil jeder das Gefühl von Freundschaft kennt. Xena ist stark. Sie ist aufregend und gefährlich. Ich kann mir niemanden außer Renee in dieser Rolle vorstellen. Sie ist ihr auf den Leib geschrieben. Selten ist es gelungen, eine Actionheldin so glaubwürdig zu etablieren wie Xena. Produzent Eric Grindelmann weiß um den Reiz der Kriegerprinzessin. Xena hat eine dunkle Vergangenheit. In ihrem Inneren herrscht ein ständiger Kampf zwischen Gut und Böse. Etwas Geheimnisvolles umgibt sie. Sie geht nicht aus sich heraus. Was sie denkt und wie sie denkt, weiß man nur selten. Deshalb ist es immer schwer zu sagen, welchen Weg sie gehen wird. Jetzt nimm dieses Schwert. Geh an deinen Platz und tu deine Pflicht. Wer bist du? Mein Name ist Xena. Gabrielle bildet mit ihrer ruhigen und weichen Art den Gegenpol zu Xena. Nicht selten geraten diese unterschiedlichen Charaktere aneinander. Du machst mir Angst. Wir sind im Krieg. Was hattest du erwartet? Vielleicht Ruhm und Glanz? Das Herz der Serie ist die Beziehung zwischen Xena und Gabriel, die immer wieder in Gefahr gerät. Runter, Gabriel! Gabriel ist gefühlvoll, anmutig und träumt gern. Schließ deine Augen. Und was hörst du? Ich höre Möwen. Nun gut. Also Möwen, und was fühlst du, wenn du an sie denkst? Ich fühle mich gestört, weil sie so einen Lärm machen. Und was hörst du sonst noch? Das Meer. Gut, und was fühlst du, wenn du die erhabene Größe des Meeres fühlst? Dass ich froh bin, festes Land unter den Füßen zu haben. Du bist so praktisch. Gabriel wäre gern wie Xena. Sie hatte gern Xenas Kraft, Stärke und Ausgeglichenheit. Für die anspruchsvollen und aufregenden Kampfszenen ist Sportlichkeit eine Grundvoraussetzung. Umso mehr überrascht Lusies Geständnis. In der Schule war ich nicht gut im Sport. Mein Spitzname war Fräulein Ungelenk. Lucy Lawless hat seit ihrer Schulzeit viel dazugelernt. Dennoch kann man es ihr nicht verdenken, dass sie sich bei einigen Stuntszenen dubeln lässt. Ich würde nie von mir behaupten, Kampfsportlerin zu sein. Aber ich habe viel Kung-Fu trainiert. Das macht sich natürlich bei den Kampfszenen bezahlt, die sehr aufregend sind. Das macht die Kampfszenen wirklich aufregend. Ich habe ein wundervolles Stunt-Double, das die besonders gefährlichen Szenen dreht. Für viele Dinge, die wir in diesem Bereich machen, braucht man einfach einen Profi. Schau hier. Wir sind hier in der Schule der harten Schläge. Wer nicht aufpasst, kann sich sehr schnell sehr wehtun. Gedreht wird Xena in den beeindruckenden Landschaften von Neuseeland. Mit verschneiten Bergen, tropischen Wäldern, Stränden und grünen Ebenen bietet dieses Land eine ungeheure Vielzahl der unterschiedlichsten Locations. Die Natur hier wirkt nicht so zivilisiert wie in der nördlichen Hemisphäre. Allein die Bäume der südlichen Hemisphäre sehen viel beeindruckender aus. Es macht viel Spaß hier zu drehen. Obwohl die Serie in einer langvergangenen Mythenwelt spielt, passt Xena perfekt in die heutige Zeit. Es ist Fernsehen für die 90er Jahre. Jeder, der es verdient, kriegt einen Tritt in den Hintern. Die Serie hat Witz, sie hat Humor. Und es geht um Themen, bei denen man immer etwas über sich selbst und sein Leben lernen kann. Xena ist der Held, von dem wir alle hoffen, ihn in uns zu haben. Ich denke oft, dass Männer die Serie mögen, weil Xena eine Frau ist, mit der sie ein Bier trinken gehen könnten. Wie kam die aus Neuseeland-Stamm der Lucy Lawless zu der Rolle? Als Herkules hier gedreht wurde, entstand die Idee zu Xena. Viele amerikanische Schauspielerinnen wollten die Rolle nicht spielen, weil sie nicht ahnten, welch großer Erfolg Herkules werden würde. Irgendwann bekam ich als Einheimische das Angebot. Aus Xena wurde eine Serie und der Rest ist Geschichte. Bevor sie zur Action-Heldin wurde, hatte Lucy Lawless ein anderes Spezialgebiet. Meine Wurzeln als Schauspielerin liegen in der Comedy. Deshalb machen mir gerade die witzigen Episoden sehr viel Spaß. Du wolltest wohl mit mir frühstücken? Meine Wurzeln euch zu betrachten bei einem Musik Schauspielerin. Ja, Gott, 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 Gott! Atem, Gott! Gott, Gott, Gott! Gott, Gott! Gott, Gott! Gott, Gott! Gott, Gott! Gott, Gott! Gott, Gott, Gott! Sena, das war unsere letzte Bratpfanne. Nur mit Mut zur Hässlichkeit kannst du komisch sein. Ich würde sagen, wir passen zusammen. Seit Jahren versuche ich schon, dir das klarzumachen. Nur bei dir hat es so lange gedauert. Hätte ich vorher gewusst, wie gut du darin bist, hätte es das nicht. Wenn du dir Gedanken über dein Aussehen machst oder darüber, ob die Leute dich für einen Idioten halten, bist du nicht überzeugend. Du hast es geschafft. Der Pfeil sitzt nicht sehr tief. Gut. Nein, im Gegenteil. Du musst ihn durchstoßen. Ich finde es gut, wenn eine Serie provoziert. Es geht oft um ernste Themen. Deshalb warne ich häufig davor, Xena als eine Kinderserie zu betrachten. Tu es. Die Serie wird in Zukunft dunkler werden. Auch wenn es weiterhin um die Reise zweier Freundinnen geht. Wie Xena und Gabrielle verbindet Lucy und René auch privat eine tiefe Freundschaft. Und jetzt sag mir, was du mit Gabrielle gemacht hast. René und ich stehen uns sehr nahe. Wir sind gute Freundinnen. Sie bewahrt mich vor Dummheiten. Lucys Karriere begann an der Seite von Herkules-Star Kevin Sorbo. Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden Stars heutzutage? Die Wochenenden verbringen wir mit unseren eigenen Familien und Freunden. Trotzdem haben wir ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Wir sehen Kevin und sein Team nur selten, weil wir an unterschiedlichen Drehorten arbeiten. Auch wenn Xena gegen Männer zumeist kämpft, gelegentlich darf sie andere Gefühle zeigen. Die romantischen Szenen sind schwierig für mich. Ich bin verheiratet und mag es einfach nicht, andere Männer küssen zu müssen. Gib uns einen Kuss. Xena ist ein Teil von mir. Ich bin aber mehr als Xena. Sie ist nur ein kleiner Teil von mir. Rob Tappert hat die Figur geschaffen. Die Autoren geben ihr den Charakter. Aber erst von mir wird sie mit Leben erfüllt. Das soll auch so bleiben. Lucy Lawless kann sich eine Zukunft ohne Xena nicht vorstellen. Als Schauspielerin lebe ich für die Herausforderungen. Xena gibt mir eine Fülle von Möglichkeiten. Mit ihr werde ich mich niemals langweilen. Und wir sicherlich auch nicht. Deshalb freuen wir uns auf viele weitere Abenteuer in der fantastischen Welt von Xena. Natürlich hier bei RTL.